Ich habe es gemacht. Ich habe Darmkrebsvorsorge gemacht. Eine Darmspiegelung bei meinem Internisten. Es waren fünf Minuten gefühltes Schlafen und Träumen, nichts gespürt und jetzt die Gewissheit, dass alles in Ordnung ist. Darmkrebsvorsorge tut nicht weh und kann eine Menge Unannehmlichkeiten verhindern. Ich bin froh, es waren elf Jahre seit dem letzten Mal. Mir hat der Arzt gesagt, besser ist alle fünf Jahre. Das reicht, aber das solltet ihr und das sollten wir auch so beibehalten.